Hallo zusammen, ich habe hier zwei Batterien, Lithium, Eisenphosphat, 100 Ampere und hier zeige ich euch, wie man die Batterien nicht anschlüsst. Also so bitte nicht. Die Batterien waren geladen, 100% und ich habe sie jetzt hier mit diesem Wechselrichter, der hier mit zwei 16 Quadratkabel auf Plus geht und zwei 16 Quadratkabel auf Minus geht. Und wir haben hier eine unterschiedliche Ladung, obwohl sie beim Start genau gleich waren. Die Batterien wurden jetzt unterschiedlich entladen, diese Batterie wurde mehr entladen wie die, weil wir haben hier eine Brücke und hier auch eine Brücke. Auch beim Laden, hier habe ich das Ladegerät, hier kommt das Ladegerät, auf diesem Punkt, das ist falsch. Ich mache euch hier oben ein Video, wie es richtig kommt, dann hier ein Video, was passiert, wenn ich hier einen Kurzschluss habe auf dieser Batterie und hier unten, hier, genau hier unten, einfach hier, Entladung bei Minus 20 Grad und hier ein Video über den Aufbau dieser Batterie, sehen, wie die von innen her aussieht. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.